hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play und zwar dieses mal wieder aus dem ls19 nordfrisch marsch projekt einen wunderschönen mittag wünsche euch hier in der letzten folge haben wir ja fertig gedrängt mit dem case und das grasmag mit und jetzt fahr ich gerade mit dem case zurück auf den hof und dann schauen wir gleich einmal weiter und zwar dann schreibt es gerne einmal in die kommentare ob ich da noch was leiser schalten soll oder ob das so für euch passt ob ihr den fahrzeug haben wir noch herz und ja dann schauen wir weiter jetzt fahren wir mal zurück mit dem und dann schauen wir ob dort noch was zu dünnen ist und dann werden wir glaube ich etwas schwadern weil letzten folge haben wir alles kosten das werden wir schwadern das ist glaube ich gedinkt ja das ist gedinkt dann können wir das drücken und das darstellen also fahrgünste sind halt wieder am start aber nicht das wollen wir jetzt nicht diskutieren darüber so dann schnappen wir uns den schwadern und dann schauen wir einmal was wir noch sitzen machen also schwaden weiter nehmen so dann werden wir doch mal den wölfer einstellen aber zuerst werden wir ihn nochmal auskloppen dann kommen wir einmal zu den ehrenschungen also stellen wir den häufen der muss das dort mit dem er Das war es dann. Schreibst du gerne mal in die Kommentare, wieviel Folgen ihr dort von der Projekte sehen würdest. Schreibst du gerne mal in die Kommentare, ob wir wieder mal Snowrunner spielen wollen. Schreibst du gerne mal in die Kommentare? 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 Jo, es geht ja durch Schnellmütze an großen Euro, mit 20k und halb hier schon. Jo. Was ist das? Dort aber noch nicht gefallet, wenn wir noch. Und eigentlich schon. Ich bin wieder fertig für die heutige Folge. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut's beim nächsten Mal wieder vorbei, haut's rein, bis zum nächsten Mal, tschüssi.